Aber es lässt sich viel leichter ab, als der Mixer. Wir haben den Mixer schon aufgegeben. Ja, das ist mir viel lieber, wenn ich ehrlich bin. Das wasch man so leicht ab, als der Mixer und so schwärts man passen. Also, mir schmeckt das gut. Mir hat's immer geschmeckt. Das Bittere? Ja, ohne den Bitteren schmeckt's schon besser. Weil manchmal mit diesem Reiß-Mais ohne Bitterstoff oft, dann wird's mir schon besser. Aber die Vitamine sind alle drin. Vor allem stoppst du dir ja sonst noch Fleisch rein. Zwei mal am Tag fettes Schweinefleisch, nicht? Nein, nicht immer fett. Nackerwurst. Gut, das stimmt. Du hast manchmal Leberkäse und Knacker. Einer Schnitt der Leberkäse, also nicht so dicke. Ohne so eine Stelze oder Rippen? Ja, eine Stelze ist ja ein bisschen nötig. Ich hab' auch nicht viel, ich weiß, die sind nicht so dicke. Ah, bringt leicht. Du fängelig. perfekt. Er sitzt nicht anger. Ich hab' auch nicht anger. Bis zum nächsten Mal.